aus dem ganz irren winkel versucht und der passt wunderbar zurückgelegt und dann macht er das was er am besten kann matt pistilli hält drauf die pistole und knallt das ding in den kasten zur führung in der wiederholung aus der ecke raus der pass im slot ist er frei und da schlägt es ein 32 das saison tor für den kanadier für den goldhelm der löwen frankfurt führt damit die torschützen liste der löwen natürlich an hier sehen wir es noch mal ja vielleicht noch ein bisschen sichtbehinderung für matthias nemmets aber der hat einfach auch gepasst der schuss das war eine echte granate tankt sich dadurch diese gar diese gar 2 zu 0 nils liesigang schießt und war das ding noch abgefälscht müssen wir uns anschauen auf jeden fall hier der schuss ja und dann hält natürlich einer noch die keller rein denke das tor geht auf matt thomasoni hier müssen wir mal gucken da ist immer thomasoni ja und da müsste er noch dran gewesen sein mit speed jetzt lukas laub gut abgedrängt thomasoni der ist heute spiellaune zurückgelegt und das ist wunderbar abgeschlossen von pavel dronja genau ausgeguckt den matthias nemmets der da den move rüber macht und ich habe es gesagt thomasoni in torlaune oder vorlagen laune dann ist da jede menge verkehr vor nemmets und dronja kann sich da die ecke aussuchen und macht das ding auch rein Saisontor nummer vier für pavel dronja dem polnischen nationalspieler hier sehen wir es noch mal ja da muss er nur gut zielen mein schein schöner pass wer passt dass sie gelegen hat das tor ein tor mit ansage für den scr die in den letzten minuten wirklich gut ins spiel kamen und stefan wilhelm trifft nach wunderbare vorarbeit da kommt brad jäger natürlich nicht mehr ran anschlusstreffer für den scr und der geht absolut in ordnung und nur noch drei zu eins weg weg darf man nicht so viel platz lassen und da ist der treffer naja da trudelt die scheibe ins tor habe es gerade noch gesagt nicht so viel platz lassen und da zieht er durch der schwede hier schauen wir noch mal noch behindert ja dann unglücklich trudelt die scheibe hinter jäger ins tor hier noch mal gut zu sehen schätzt sich da schaut sich den videobeweis an aber ich glaube das ist relativ eindeutig naja warum soll das kein tor sein elfte saison tor von matthias back dann ist der treffer 4 zu 2 am langen pfosten rutscht die scheibe rein cj stretch dieser schnelle gegenzug hier über roman fennings den spieler der vierten reihe und dann ja passt da scharipow muss die scheibe passieren lassen torschütze übrigens patrick jared sorry nicht cj stretch hat die beiden beim jubeln verwechselt also 4 zu 2 tja und eine der beiden richtungen muss es ja sein entweder der ausgleich oder jetzt doch die führung für die löwen ja jetzt kommt er auch müssen es natürlich noch mal probieren aber jetzt gibt es erstmal den sprint von dies diesig an und das tor die entscheidung christoph gavlik mit dem mit dem 5 zu 2 und dem endgültigen k.o. für den sc riesersee zumindest am heutigen abend aber ich habe ja die konstellation schon mehrmals beleuchtet am wochenende haben sie ja noch die gelegenheit diesen zehnten platz den sie auch heute behalten werden zu verteidigen die liga die liga die